Zusammen mit uns Er ist auf jeden Fall schon sehr früh raus Oh, guck in die andere Richtung, man kann komplett in die andere Wo muss ich denn hin? Da Oh ja, zwei sind neben mir auf jeden Fall Ähnliche Direktion Da bin ich rechts, der da auch in fliegt und links sehe ich keinen Ich sehe gar keinen Da, der bitte hier kann er sein Äh, da wird schon nichts Ah, da ist ich sehe an Ich sehe zwei Hier ist nichts Ich sehe nur zwei von denen Ich sehe nur zwei Weiter hinter mir landet noch eine außerhalb der Stadt Und nichts von mir oder wieder wochenland, wo ich landen will Ich lande hier vorne Ich bin uns einig ASC 3, drei Stück Sind alle außen gelandet Einer im Südwesten, einer im Osten, einer in Niederlande Nein, will ich nicht Ja, will ich Rucksack Stufe 2 Oh Kirche, du bist ein Ort der Nichtgewalt, wo sind die Waffen? Da Danke Kleine fürs Bild, ich habe einen gefunden Mann, sonst kriege ich in der Kirche immer eine Waffe Kirche ist halt scheiße Nicht nur hier in game Ich werde hier gleich den Gegner reinlaufen So wie ich mich kenne Oh Gott, mein Boxer sitzt an der Rhein Ja, Muschi Ja Das sind Fakten, die wir YouTube wissen Benutzt aber nicht die Vorbereitungsrunde auf, oder? Sind auch Wenn, wenn ich die Eile bin, da halt die ganze Zeit am Freunden bin Ja, ich weiß Bissen jetzt Oh, du sollst Ey, unser Franzacke ist hier Der Franzacke? Ja, obwohl F.R. Oh, der ist Franzacke Gut, einfach nicht Call zu geben Vielleicht kann ich die anderen hinten Stark, ich brauche eine Munition Und Da sind wir die Türen auf War hier schon von euch einer drin? Ja, was schon Ah, danke für die Munition Auf jeden Fall den Schutz Habe einen gefunden Er ist oben, ne? Jo Rechte Seile ist er Ja Ja Kann alle mal ein Stürmer oder was? Ich bin ready Ich, äh Ja komm, hast du Waffe? Voll Auto Eine Pistole, 15 Schuss Ok, rechts rum Ist er da unten? Soreiz Wartet Hast du ihn? Also der wurde nur ausgenockt, ne? Ja, ja Die anderen Geist sind hier verteilt in der Stadt noch Hat er irgendeine MP oder so für mich? Äh Nozi Ja, die nehme ich Wie's nice Witzig Schuss Ich habe auch keine Munition mehr Für was? Für, äh Gangsten Ich habe gerade für Völk und Vaterland geopfert Er hat auch elf Schuss habe ich noch Der Riesenmann hat mich oben Bei seinem Marker oder was meint er? Ne, bei ihm selbst Die hören ihn auf jeden Fall talken Och Gott Was sagt Redet der denn oder was? Ja Hast du den Chef gemütet? Ja, was sagt der denn? Das, das Da ist jemand bei ihm Jetzt redet er aber nicht mehr, oder? Nein, nein Ja, der darf auch nicht viel reden, weil das hören die Aber wenn man mit seinen Clans zusammen spielt, hört man das überall? Was? Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel Kille Ja, der ist ja 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 Behind the house Im Nutscher Und sehen sogar Den Gegner? Ja, der steht da an dem roten Marker Das ist ein kleines Haus Das ist ein kleines Haus, das steht dahinter Errascht mich, errascht mich Der ist in diesen Graben gesprungen Oh ja, wir müssen gucken, oder? Wegen, äh Feuer, bum bum Oh ja, der wird gleich in mein Haus reinrennen Oh, ich bin wieder so safe Nein, der ist unten in dem Graben drin Ja, aber du musst ja da nicht gleich rauskommen Wegen Feuer Oder wegen Wunder Können da unter einer Brücke bleiben, oder? Müsst ja survive'n können Alter Oh, mein Hofstuhl ist eigentlich da Nein, der Van ist da Ja, is what you doing is alone Ja Ja Das kommt Ah, ich hau'n sieh'n Ja, kannst du schieb'n? Ja, kannst du schieb'n? Ja, und dann revive'n Für unseren Lab Thank you Wie ist die, äh In the hole Beyond stairs Lass' den down jetzt, oder? Ja, ich hab' ihn nur ausgenutzt Oh, da krautscht er Wow, da hinten! Oh, da ist noch ein Spieler Wuii Da Was denn jetzt? Ist er im Haus oder so? Nein, ist draußen, ist draußen Der ist low, der zwei, drei Der läuft auf dich zu, Kelle Der ist quasi hinter dem Haus bei dir da Na, schwer zu sagen Der ist vor mir an diesem Baum Oh, so, ja, der ist Down, sehr gut Direkt gestorben, ne? Ja, wir haben den gar nicht an den Claren down Ja, meinen das auch gilt Ja, dann haben wir den gar nicht an den Claren down Gott kam, wart ihr dat? Ja, unser Fahrzeug Ja, dann können wir jetzt ja weiter looten Oh, ich hab' eine Standard-Immoni, falls jemand braucht Was, ich brauche jetzt immer eine Waffe Ich lauf' mir zwei MPs rum Ne OZI und ne Vector Platz Boah, geh mir nicht auf den Sack Ach, ich kann guck' was meiner dabei hatte Ist der im Graben schon gelootet worden? Ne, ich bin da Hallo, da hinten ist der im Graben Helle, du hast den anderen da eben am Baum jetzt gelootet, ne? Ja, ich bin gerade dabei Ich lege, was ich wegschmeiß' Äh... Ja, hat noch er irgendwelche, irgendeine Leiche eine Waffe dabei, die ich gebrauchen könnte? Ja, meine hat eine AKM, nimm die, wie willst Nice Ne, im 16A4 hat die AKM Welche willst du nehmen? Die haben 604 oder die AKM? Ich würd die AKM nehmen, wenn der Muni bei ist Ja, ein Magazin Ja, hier liegen auch noch 100 Schuss, Ego Ah, ober, alles da Bei Stunak haben wir ein bisschen Platz Habt ihr ja beide Mangel, ne? Oder wie ist das? Stunak, ich hab' die AKM Ich bin auch voll aus... Ich hab' jetzt für beides knapp 100 Schuss Ich hab' AKM 80 Schuss und eine UMP mit Schneidefrau Warte, der ist nur Visier problematisch Ich hab' vergessen, wir muss aufgenommen Hat er tut das jetzt gelootet, Keller? Äh... Kann sein Hat er jemanden, der ist auf jeden Fall noch mal gleich was übrig Wie Visier? Äh... Ich hab' selber keins Der Fall nur... Ich hab' nur... Ich hab' nicht Äh... Man sieht auch gut aus, ne? Man sieht auch gut aus, ne? Aber wenn du einen Energy über hast, oder so, würde ich den nehmen Ah, da kann ich selber nur eins von Ah, ich hätte den ESC-Verkopf antreten können Energy kann ich dir, äh... Eins geben Oh, wo bist du? Ah, der Dude hat die komplette Money gelootet Kann ich eins in den Energy rausgeben? Äh... Störungs, so wie halt immer, ne? Ich hab' dir mal hier einen gedroppt Wie sieht das eigentlich mit der Zone aus? Ah, ist ja gut Wie sieht das eigentlich mit der Zone aus? Ach, können wir looten Oh, ihr Kampfei Braucht jemand einen Scheidelfahr für die, äh... MP? Ja, würde ich nehmen Ich gebe ich dir gleich, wenn wir uns treffen Das ist mir jetzt auch immer die Frage, welche Häuser waren jetzt gelootet und welche nicht Weil wir sind hier überall durchgerascht und haben gefightet Ist zum Beispiel auch schon mal einer gewesen Weil irgendwie alles konzeptlos, was wir da betrieben haben, ne? Ja, ja Ja, gut, wir hatten aber noch einen Kampf dazwischen, ne? Ah, wir sind Energy Einen Helm Ich glaube, dass mein Stufe-3-Rucksack ist quasi voll Ich hab' noch ein paar hier gefunden, falls hier einen Brauch Oder haben alle? Ich hab' noch ein paar Äh... Ich markier' die mal, dann hol' ich mir die Möcht' die durchtauschen Oh, meine M416 ist komplett ausgerüstet Jeder Aufsatz ist drauf Mach' ich aber bei meiner AKM auch Ein M416, dass du halt, äh... 5 oder 6, äh... Dinge aufknallen kannst 30 Stück Ist ja was Hallo Äh... Äh... Nö... 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 blauen marker wenn jemanden zweifel obwohl wir machen zweifel zum haben ja würde ich nehmen wird ja nicht so geil ich bin lieber rauhpunkt zu dir das ist ein ausjahr aber glaube ich doch keiner drin ist noch ein 16 was hast du sonst irgendwie rotkopf punkt oder holo keller ich habe tatsächlich gerade rotpunkt gefunden hier ja ich bin hier sehr gut ja ich habe da dann kriegst du hier und ich nehme es da nein bisschen baut den nämlich da ist ein paar sachen loswerden kann aber aus dem griff und dafür habe alles und auch ein verband habe ich genug große verband ab 45 ich habe zehn das ist das ich habe ich habe aber das magazin dafür und dann mal ein bisschen mannig für die akm wenn man da was findet hat einer von 5,56 die er brauche ich meine ob du welche brauchst also und wo sonst könnte ich nämlich mit 16 mit anstatt die umpa lumpa ja ich bin die auf 16 mit dann würde ich die nehmen aber auf vierfach suche will ich doch noch das gar jetzt ja ein zweifach suche ich mir in der m16 habe ich brauche keine 50 verbände einfach suche auf m16 kann ich nicht den griff benutzen für meine 16 ich habe meine weste durchtauschen soll nicht idiot ich habe nur stufe 1 müssen habe ich auch aber die ist schon zur hälfte schrott ich habe irgendwo noch mal einigen stufe 1 westen vorbeigelaufen weil ich mir gedacht hat passt ja eine sieht sehr gut bei mir aus ich habe salitätschasse und drei erste hilfe ich könnte einen erste hilfe koffer sonst abgeben würde ich ein nehmen ich habe nur ein mal ein bisschen munition dass wir ganz sicher war was dann akm und ist danach das sagt kann ich dir weiß ich weiß schuss abgeben ich bin alles hier in einem magazin wo sind sie denn ja ich muss auch mal zu ihm hier das ist ein schneider für die mp treffen uns bei wir laufen ganz schön sorglos hier durch ist ja weil jeder noch kommt aber irgendwo eine tür findet die zu ist als halt jetzt ich glaube jetzt so ziemlich ist jedes gebäude gelootet ja aber bleibt man da wir machen hier kurz treffen search aber von der weste war hier ist auch schon alles auf man könnte man die türen dann auch auf lassen und nicht zu machen damit man da nicht umsonst rein rennt und dann sieht das an die tür lassen sie immer auf außer jetzt wo ich gerade bin jetzt wollte munition haben war nicht auch 30 schuss war weil 60 schuss was auch noch keine munition kann ich ja um magazin jungen das wäre kritisch die zonen ist hier immer noch in der stadt minimal also ja die frage wollen mit vorbewegen wo ist mc random denn läuft dann zu daher und dann aus mit geschlossenen türen mainz ist das ok ich bin am lupen 122 1 oder ich habe die külster 1 2 1 sie das geschossen und südlich ist wirklich gut wäre jetzt eine bewegung kommen das ist fein wir oben ein camping tut es oben ein oder kämen camping tuses um hat er gesagt aber was das ist nicht also was das ist nicht weiß jetzt aber ich würde ja auch noch kommen oder ich muss ja so scheiße man hätte ich bei dem scheiß westen mitgenommen eine kacke gleiche von allen etwas aufgehoben hoch bims der unterwegs kommt ich hasse erwein nimmst die mehr wissen als alles andere wir sind hier das dreier squad was hier spielt und er talk die ganze zeit irgendwie in cisco bloß dass ich immer dafür geblamed werde um zu bleiben ja komm jetzt ist jetzt kann er herkommen es ist kümmerkert hier steht so ein buggy ah ne buggy sitzt nur zu zweit farber ne ja ja sonst hätten wir die meine vier lassen können halt was in das haus meins ah wollen wir jetzt einfach mal durchlaufen eventuell in stadtdauer looting zu betreiben mach das doch keller aber talk mich nicht von der side of life an kenne hat eine waffe in der hand hatte wieder gedroht sich würde ich nicht mehr machen also noch in der zonen ja rechts von uns werden nur ein enttäuschung enttäuschung jetzt gefunden was alle im reihe laufen damit wenn ich sterbe alle anderen auch mit sterben das werden auf dich geschossen wird wir auch noch auf dich schießen können nach dummheitshausen also nach hause fertig ich bin ja gleich neugierig orientieren wir wurden auf den unten im zahlboot geschossen was auf uns zukommt ja das kann man machen oh gott das hat ein zirkungser deck guck ein bisschen nach oben guck da hin nach unten ja ich hab nordwesten so ein bisschen im blickdorf das ist doch geschossen oder nicht ja weit weg aus dem blick oh ne oh was oh man ja ich hab wahrscheinlich eine tür aufgemacht dann hat mein typ gemeint er muss das aufheben was da liegt jetzt habe ich statt in stufe 2 helme kaffee und etwa die was für ein ding bock ist eine dummheit warum füssen wir jetzt so krasse selbstgespräche mal kurz mal instagram abchecken weil wir sie können oh zwei spieler bei mir nordausten norden 15 grad ich dran na aufm weg hierher ich seh sie ja ja ich seh sie auch stehen da an dem baum ne ich seh sie nicht hier auf dem stein oder so auf dem stein steht einer ich bin sicher auch aber das ist ein das hundert m sie war rechts über ja ich will dann noch da jetzt gehen sie nach rechts über ja lass dir laufen naja aber kommt noch ein auf mich zu weiter nötlich da geht auch jetzt wieder zu naja besser hinlegen oh da läuft auf mich zu ne doch nicht läuft er nach oben drei stück sind das sind bei mir in der nähe sind bei dir nicht da von hinten das dreier klar ist auch hinter uns jetzt ja ich war über auf der bergspitze da wo wir jetzt müssen ja nicht ganz so müssen wir jetzt nicht mehr sind wir wissen wie man die people for us muss und ein kass nur noch eine kurze schnauze halten das ging doch bitte mal kurz die schatze ja gut dort und stammt er hat die Prozent die eben hochgelaufen sind sie können uns beim Vorrücken gleich gefällig sein die werden nämlich gleich von links irgendwo kommen oder von hinten oder so ist er jetzt los oder was also langsam mal ein bisschen nach vorne dann müssen wir noch ein bisschen Deckung auf kämpfen ich bin auf jeden fall hier gleich von links hinten kommen 300 300 nordwest 300 ja 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 den habe ich auch gesehen 4 4 nordwest ja ich sehe ja entgegen oh unser team hat schießt oder ja 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 soll ich äh Deckungsfeuer geben ich guck mal ganz kurz ob ich das immer sehe ja wo waren die denn hier am stein vor uns wir müssen weiter ziehen äh ich kann ich kann die Füße nicht zuordnen ich weiß wo sie sind Stein äh am Stein und dahinter der Baum ok die ok da laufen grad vier Leute den Berg runter holy mo das ist keine Ahnung wo das ist ich bin gleich zu Granate war der Zone ich bin ich bin ich bin ich bin oh das war der Smoke ja ok die nächste Zone ist auch für uns oh das war ja du kommst ja aber noch rein die Zone eigentlich ja soll ich kommen hinter dir? ja was ist jetzt mit den Dudes die hier auf euch geschossen haben er macht anscheinend oh von hinten von hinten von hinten glaube ich muss bin ich noch wieder beliebter ja ich sehe es oh lass mich weg lass mich einfach weg nein ich rufe den weg die sind auch hinten die sind auch außerhalb der Zone ganz viele rechts ja ich wäre von allen Seiten beschossen war auch hinter mir was es ist halt nicht so clever dass vier Leute am einen Baum sind nein das ist einfach scheiße dass die Leute noch außerhalb der Zone ohne zwei Minuten rumlaufen können und dann reinkommen das ist einfach das Problem ich finde die letzten fünf Zonen oder sollten einfach instant tot sein instant das ist so zum kotzen die kamen gerade alle außerhalb der Zone rein die ist auch der steht dann die 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 Untertitelung des ZDF, 2020